Hallo, heute habe ich für Sie ein Basistutorial für Stieringenieur vorbereitet. Es ist ein einfaches Stahlrahmen, ein Portalkran, und wir gehen die Eingabe der Geometrie durch, Lasten, Berechnung, Ergebnisse, Stahlnachweise und dann die Dokumentation. Von allem werde ich ein bisschen erklären, nicht ganz detailliert, aber so, dass Sie eine Übersicht haben, wenn Sie das erste Mal Stieringenieur verwenden. Mein Name ist Ivan Belesch und ich bin ein Support-Mitarbeiter für Stieringenieur und Ideastatica. Jetzt haben wir Stieringenieur schon gestartet mit der voreingestellten Oberfläche und ich mache mir da zuerst ein paar kleine Änderungen. Zuerst verschiebe ich das Eigenschaftsfenster von der rechten Seite nach links. Und wie Sie sehen, wenn ich das verschiebe, entsteht hier zuerst ein rosaroter Balken, dann wird sich das auf die linke Seite draufkleben, aber die Höhe kann ich dann noch bestimmen. Wenn ich noch ein bisschen nach links gehe, dann ist der Balken grün. Das bedeutet, dass das über die ganze Seite geklebt wird. Ich kann dann die Breite ändern. Dann haben wir die Eingabetabelle hier, da kann ich draufklicken. Die werden wir jetzt nicht verwenden. In Stieringenieur gibt man die Konstruktion normalerweise durch das Zeichnen ein. Und dann haben wir hier Eingabebereich. Das nehme ich und schiebe das nach unten. Sie sehen, der Balken ist rosarot. Jetzt ist er blau. Jetzt geht er über das ganze Fenster. Wenn ich noch weiter nach unten gehe, dann geht er über den ganzen Bildschirm. Das will ich nicht mehr. Ich will das auf den blauen lassen. Und ein bisschen nach oben. Und jetzt habe ich alles hier. Und hier stelle ich das um auf alle Tags. Dann werden wir, wenn wir ein Projekt haben, alle Icons am Bildschirm sehen. Wenn wir uns dann aber vereinfachen, das wäre zu viel. Jetzt erstellen wir ein neues Projekt. Datei neu. So, jetzt haben wir die Eingabemaske für ein neues Projekt. Und da werde ich, ich werde überall nur ein bisschen die Basis erklären. Sonst würde diese ganze, ja, wollte ich sagen, Schulung, Tutorial lange dauern. Stahl aktivieren wir. Das ist das Default-Material, was wir benutzen. Es ist 235. Sie können aber für jeden Querschnitt immer ein anderes Material definieren. Tragwerkstyp kann man von Durchlaufträger oder Platte bis zu Allgemein wählen. Bei Allgemein können Sie immer alles machen. Aber das brauchen wir nicht. Wir werden hier keine 2D-Teile eingeben. Deswegen reduziere ich das auf 3D-Rahmen. Vorsicht auf Fachwerke. Bei Fachwerk haben Sie Stäbe, die nur Normalkraft übernehmen. Da dürfen Sie nicht einmal eigengeblich definieren. Deswegen ist besser Rahmen. Und wenn Sie dann Fachwerkstäbe haben, so wie wir auch jetzt haben werden, können Sie die dann degradieren auf einen Fachwerkstab. Und die können dann auch mit lokalen Lasten belastet werden. Die werden dann im Hintergrund in Knotenkräfte umgerechnet. Dann gibt es ein paar Beschreibungen. Zum Beispiel YouTube Tutorial. YouTube Tutorial. Portalkran. Und Autor bin ich. So. Das war's. Sie können Nationalanhang wählen. Jetzt weiß ich nicht, ob das in Deutschland oder wo das angeschaut wird, das Video. Dann wählen Sie Ihren Nationalanhang. Bei der Funktionalität können Sie dann, ich weiß nicht, Dynamik, Stabilität, Parametrisierung, solche Sachen einschalten. Ich lasse das einfach so. Das werden wir bei diesem Projekt gar nicht brauchen. Mit OK wird dann ein neues Projekt erstellt. Ein Projekt ist eine Datei. Das muss nicht nur eine Konstruktion beinhalten. Sie können ruhig nebeneinander mehrere Konstruktionen machen. Zum Beispiel mehrere Platten nebeneinander. Oder Umspannwerk. Typische Konstruktionen. Haben Sie Haufen von verschiedenen Rahmen, die nur mit Kräften belastet werden. Die müssen nicht verbunden sein. So. Ich werde dann während der Eingabe auch die Benutzeroberfläche ein bisschen erklären. Aber springen wir gleich in die Eingabe. Ich werde mir bei dieser Konstruktion mit einem Linienraster helfen. Aber das ist nicht ein Muss, dass Sie einen Linienraster haben. Sie können sich DX holen oder Sie können einfach mit einem leeren Projekt anfangen und selbst anfangen zu zeichnen. Aber es ist hier einfacher. Linienraster finden wir hier. 3D Linienraster. Und jetzt geben wir die Abmessungen ein. 1,7, 1,8 und in die Höhe 1,3, 1,4. Ich benutze dieses Projekt schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren. Ich weiß schon alles auswendig dabei. Das würde ich mir ein bisschen anpassen. So. A, B, C, diese Gitterkennungen ausschalten. Und auch diese 1, 2 und A, B brauchen wir nicht. Das sind hier die Kennungen. Okay. Raster bekommt einen Namen. Alles in C-Engineer hat einen Namen. Und es behält diesen Namen. Auch zum Beispiel Stäbe. Wenn Sie einen Stab benennen, dann behält er den Namen. Auch wenn die Nummerierung durchlaufend ist. Ist Basis. Das kann in dem ganzen Programm. Jetzt verschiebe ich das. Jetzt will ich das irgendwo platzieren. Da müssen Sie jetzt aufpassen auf den Objektfang. Objektfang finden Sie hier. Wahrscheinlich werden Sie nach der Installation den Punktraster aktiviert haben. Wenn das so herum springt über diese Punkte, dann ist der Punktraster aktiviert. Müssen Sie ausschalten. Vorsicht dann auf dieses Andockern. Wenn Sie das aktivieren, dann können Sie nur bestehende Punkte fangen. Da habe ich gerade gestern einen Anruf von einem Kunden bekommen. Führungslinien brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Endknoten. Und ich brauche die Punkte dann vom Linienraster später. So kann ich mir das jetzt schon richtig alles einstellen. Sie können einfach irgendwo klicken. Dann liegt das irgendwo. Aber wenn Sie das direkt im Nullpunkt eingeben möchten, dann können Sie sich mit der Maus entweder in die Eingabezeile bewegen oder Sie drücken die Leertaste. Mit Leertaste springen Sie immer in die Eingabezeile. Und dann können Sie null schreiben. Man könnte null, null, null. Aber diese letzten Nullen, die braucht man nicht. Das heißt, es reicht eine Null und Enter. So, und jetzt könnte ich eine weitere Instanz eingeben und weitere Escape zum Beenden. Jetzt bleibt das noch immer selektiert. Das heißt, ich könnte das jetzt mit diesem Button hier dann noch editieren. Dann wird kein Neues erstellt, sondern es wird editiert. Noch einmal Escape. Es ist deselektiert. Jetzt kann ich aber noch keine Konstruktion eingeben. Warum? Es steht hier, Rastermodus ist eingeschaltet. Ich muss den Rastermodus ausschalten. Das ist dann hier. Und jetzt bin ich im normalen Programm. Jetzt kann ich den Raster nicht anklicken. Der ist nur im Hintergrund. Ich kann den anklicken, wenn ich Stehbe zeichne. Aber ich kann ihn jetzt nicht ändern. Weil das würde dann ständig blinken, wenn ich dann irgendwo mit der Maus drüber fahre. Das wollen wir nicht. Und jetzt fangen wir an mit den Stäben. Diese alle Bereiche reduziere ich auf Struktur. Das ist meine Arbeitsweise. Suchen Sie sich Ihre eigene. Es gibt auch ein spezielles Video für diese Oberfläche, was ich vorbereitet habe. Ich könnte eine Stütze eingeben. Dann müsste ich aber die Länge eingeben. Warum? Wenn ich schon hier diesen Raster habe, brauche ich das nicht. Ich klicke auf Ein Detail. Sie können sich das so einstellen, dass diese Eingabemaske umgegangen wird. Dann können Sie gleich zeichnen und später dann die Eigenschaften wählen. Können Sie definieren. So, jetzt ändere ich den Querschnitt. Und wir brauchen hier ein HEA 180. Neu. Dann wähle ich hier Profilbibliothek. Das sind gewatzte Querschnitte. Oder kalt geformte. Hier auf I. Dann HEA muss ich suchen. HEA 180. Sie können hier dann reduzieren, damit Sie zum Beispiel nur europäische Querschnitte sehen. Dann mit diesem oder mit diesem Button wird das von der Bibliothek in das Projekt eingelesen. Diese Querschnitte bleiben dann im Projekt. Sie müssen dann nichts schicken, wenn Sie jemanden das Projekt schicken. Es ist alles schon drinnen. So, lassen wir alles so, wie das ist. Schließen wir das. Das auch. Jetzt sind wir. Ich werde jetzt nicht mit Layern spielen. Verdrehung und alle Sachen machen wir später. Namen. Können Sie alles definieren. Gehen wir einfach nur durch. So, weil ich jetzt diesen Linienraster aktiviert habe, kann ich jetzt diesen Knoten anklicken und dann diesen. Und so kann ich dann die nächste Stäbe eingeben. So. Und so. Escape zum Beenden. Jetzt bleiben die Teile hier selektiert. Sie sehen die Basiseigenschaften. Hier können Sie umschalten auf alle Eigenschaften, wenn Sie das suchen, werden wir später dann benötigen. Escape. Wieder deselektieren. Habe ich nichts selektiert. Nächster Stab. Wieder ein Detail. Zeichnen. Von hier bis hierher. Von hier bis hierher. Escape. Jetzt sind wir mit dem Rahmen fertig. Und wieder. Stab. Wird ein bisschen langweilig sein. Jetzt nehmen wir ein Winkelprofil. Sie sind schon vorbereitet. Ich habe es schon ein bisschen trainiert. Okay. Schließen. Okay. Immer zu machen. Und jetzt können wir die Stäbe zeichnen. So. Hier. Sie müssen nicht immer zeichnen. Ich zeichne einen. Und dann können Sie kopieren. Kopieren haben Sie hier. Das ist so ein Prozessbar. Hier können Sie. Wenn wir dann durchgehen. Wenn wir dann bei Ergebnissen sind. Das ist jetzt für Konstruktion. Ja. Das sehen wir dann. Lasten. Lasten. Was ist das? Lasten. Struktur. Ja. Das ist diese. Horizontal ist die Hauptrichtung. Vertikal die andere Richtung. Machen wir dann ähnlich. Sie können aber auch hier editieren. Ändern. Da gibt es auch kopieren. Hier sind alle Funktionen. Hier sind nur ein paar von den Funktionen. Aber diese ist da. Kopieren. Von hier bis hierher. Dann hierher. Und dann noch hierher. Okay. Escape. Haben wir auch diesen Stab definiert. Wieder. Steuerung rechte Maustaste kann ich verdrehen. Und hier kann ich mir die Konstruktion anschauen. Mit Volumen. Und hier mit Schattierung. Dann kann ich noch Farben ändern. Machen wir danach. So. Jetzt brauchen wir dann noch Diagonalen. Hier wieder drauf klicken. Jetzt nehmen wir ein Rundstahl. Neu. Rundstahl. 20 Millimeter. Okay. Bei Rundstahl ist die FEM-Analyse der Querschnittswerte aktiviert. Ich denke nicht, dass wir das hier brauchen. Das ist für die quantischen Querschnitte notwendig. Mein Beton oder so. Und zeichnen wir hier. Und hier. Und hier. Könnte ich wieder kopieren. Aber so ist das schneller und einfacher. Escape. Jetzt ändern wir etwas am Stab. Und das ist dieser FEM-Typ. Den ändere ich auf zentrische Normalkraft. Dann brauche ich keine Gelenke definieren. Und dieser Stab bekommt nur Normalkraft. Das heißt, auch Eigengewicht wird umgerechnet in die Knotenkräfte. Der bleibt immer gerade. Bekommt nicht diesen hässlichen Durchhang, was man manchmal. Bei den Stahlkonstruktionen sieht. Sie sehen diese riesigen Kreise. Das ist, dass das ein Fachwerkstab ist. Wir haben eine sehr kleine Konstruktion. Deswegen werde ich mir das ein bisschen anpassen. Die ganze Skalierung haben Sie hier. Aber ich will nicht alles skalieren. Weil da werden auch alle Eingabedaten. Das ist Lasten, Gelenke, Auflager skaliert. Ich will nur individuell diese eine Sache. Das ist unter diesen Masseinheiten. Und hier ist das unten bei Linien-Symbolen. Da gehen wir 0,1 ein. Das ist ein bisschen kleiner, elegant. Jetzt brauchen wir hier einen Kranbahnträger. Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, das da ist ein Bauteil. Ins C-Engineer zeichnen Sie nicht Stäbe. Können Sie. Aber es ist besser, wenn Sie gleich mit Bauteilen arbeiten. A. Sie haben viel weniger Stäbe. Es ist einfacher dann bei den Nachweisen. Und wenn Sie das exportieren an ein Programm, wo Sie das dann zeichnen. Oder ich weiß nicht, in Autokad oder Altplan oder so. Dann haben Sie schon die richtigen Bauteilnummern, Bauteilnamen. Und Sie müssen das dann nachträglich nicht verknüpfen. Weil stellen Sie sich vor, Sie machen ein Fachwerk. Und Sie zerlegen das auf einzelne Stäbe. Und dann wollen Sie den Oberkord anders neigen. Dann müssen Sie alle Zwischenpunkte durchrechnen. Das wäre einfach zu umständlich und blöd einfach. Und das hat auch den Vorteil, wenn das alles verknüpft ist. Wenn Sie das verschieben, spielt das alles dann mit. Das bleibt dann immer eine Gerade. Man kann das auch als Polygon zeichnen. So, jetzt zeichnen wir diesen horizontalen Stab endlich. Ich tue da immer herumplaudern. So, neue Stab. Und jetzt nehmen wir ein IPE 220. Nein, nehmen wir ein IPE 200. Weil das sollte ein IPE 200 sein. IPE 200. Das können wir einfach nur bestätigen. Schließen. Okay, okay. So. Und jetzt muss ich hier 2 Meter von dieser Mitte anfangen. Und ich will nicht jetzt Koordinatensystem nehmen oder das verschieben. Dann benutzen wir Spur-Funktion. So, gehen wir hier. So, übrigens Sie sehen hier die Möglichkeiten, die Sie bei der Eingabe haben. Bis zu Spline, Polygon, alles mögliche. Bestände Linien. Sie können sich DXF, DWG importieren und dann einfach nur die Linien abklicken. Die werden dann in Stäbe umgewandelt. So, Objektfunk. Ich brauche den Mittelpunkt. Mittelpunkt. Und ich brauche die Spur. Ja, ich sage Spur, das war die alte Bezeichnung. Führungslinien jetzt. Und wir gehen hier von der Mitte weg. Aber wenn ich das nur anklicke, beginne ich hier. Drücken Sie die Shift-Taste. So, mach mal so. Zuerst so. Drücken Sie die Shift-Taste. Berühren Sie diesen Punkt. Nicht klicken. Nur sich zu dem Punkt nähern. Shift-Taste loslassen. Und mit der Maus nach links gehen. Ja, jetzt habe ich eine Spur von diesem Punkt. Leer-Taste 2. Enter. Jetzt bin ich da links. Und nach rechts habe ich das Gleiche. Ich tue das jetzt ein bisschen verdrehen, damit ich das besser sehe. Wieder Shift. Diesen Punkt. Weiter zeichnen. Leer-Taste 2. Enter. Escape zum Beenden. Escape. Noch einmal Escape. Jetzt haben wir den Stab gezeichnet. So, jetzt brauchen wir hier noch eine 1 Meter lange Stütze. Das machen wir endlich mit dieser Stütze. Nehmen wir den HEA 180. Höhe definiere ich auf 1 Meter. Und ich will dann hier. Das ist der Mittelpunkt. Sie können dann auch auf Durchdringungen umschalten. Wenn das nicht. Sie sehen, wenn das eine Spur ist. Manchmal fängt das nicht mal. Sie müssen dann ein bisschen mit der Maus stehen bleiben. So eine halbe Sekunde, bis der Punkt dann auch erkannt wird. Das ist so programmiert. Und jetzt machen wir dann hier noch so eine Aufhängung mit dem Rundstall. So, dann nehme ich wieder ein neues Bauteil. So. Und hier nehmen wir RD. Und jetzt. Ich habe vorher nicht diese. Wo ist das? Äh, da. Femtip. Habe ich nicht vorher auf zentrische Normalkraft direkt bei der Eingabe aktiviert. Weil wenn ich das mache, merkt sich das das Programm. Und beim nächsten Stab schlägt er mir das vor. Deswegen lasse ich das hier auf Standard. Zeichne den Stab. Die Spur können Sie mit F7 ausschalten. So, benutzen Sie die dann, wenn Sie die brauchen mit F7. So. Bis hierher. Escape. Sind wir fertig. Noch einmal Escape. Sind wir fertig. Ich schaue mir jetzt noch globale Einstellungen der Benutzeroberfläche. Habe ich nicht gezeigt. Ist hier. Globale Benutzeroberflächeneinstellungen. Können Sie das, das sollen Sie auf Hardware Open gehen oder vollständig. Dann können Sie die Kantenglättung aktivieren und ein paar Sachen. Rechte Maustaste zum Beenden des Befehles und so weiter. Und ein bisschen Erklärungen. So, das ist ziemlich wichtig dann gleich bei der, bei der Eingabe. Jetzt könnte ich schon weiter gehen, aber wie Sie hier sehen, da haben wir Stäbe, die sich kreuzen. Und dieser Stab ist hier angeschlossen. Wenn wir das auf das Automatismus lassen, dann kann ich nicht bestimmen, welcher Stab mit welchem verbunden wird. Hier ist das einfach. Ja. Wenn ich hier berechne, dann werden alle diese zwei Stabe automatisch an diesen Stab gekoppelt. Sie können diese Verbindung manuell starten. Das gibt es hier. Teile, Knoten, Koppeln. Wenn Sie Befehl suchen und Sie wissen ungefähr, wie dieser Befehl heißt, können Sie das auch hier schreiben. Teile und da steht Teile, Knoten, Koppeln. Sie bekommen dann immer alle Befehle, wo diese Wortteile oder diese Textkette erscheint. So. Ich könnte das manuell machen, will ich nicht. Das wird bei der Berechnung sowieso automatisch gestartet. Ich will jetzt aber diese zwei Stäbe verbinden. Das mit dem und mit dem soll mit einem Scherengelenk verbunden werden. Scherengelenke brauchen Sie dann, wenn sich zwei Stäbe in einer Ebene kreuzen und dazwischen ist kein Punkt, da darf kein Punkt, diese Punkte dürfen nicht als Polygonpunkte oder getrennte Stäbe gezeichnet werden. Das müssen wirklich zwei durchgehende Stäbe sein. Und dann haben wir hier ein Scherengelenk. Scherengelenk. Ich könnte auch speziell Kupplung wählen oder so und etwas drehweich und etwas steif eingeben. Machen wir hier nicht. Escape ist fertig. Wenn Sie etwas ändern möchten, einfach anklicken. Dann haben Sie die Eigenschaften. Stäbe genauso. Einfach anklicken. Haben Sie die Eigenschaften. Selektieren. Wenn Sie von links nach rechts ein Fenster ziehen, sehen Sie, dass der Rahmen voll ist. Es werden nur die Teile selektiert oder die Objekte, die komplett in diesem Fenster sind. Das heißt jetzt, dieser Stab, dieser vertikale Stab und die Knoten. Aber der Kranbahnträger, der lange nicht, weil der nicht komplett drinnen war. Escape. Von rechts nach links selektieren, sehen Sie eine strichelierte Linie. Das bedeutet, das Programm selektiert alles, was da teilweise oder komplett drinnen ist. Dann haben wir eine andere Selektion. Ist Basis. Gibt es auch andere Möglichkeiten, aber diese da ist die Basis. Und jetzt will ich, dass sich dieser Stab an den koppelt und nicht an dem. Deswegen mache ich das hier extra manuell. Das mit dem und das mit dem können wir hier schreiben. Teile, Knoten, Koppeln. Okay. Nur für die selektierten Teile. Zwei sind erfolgreich gekoppelt worden. Die anderen werden bei der Berechnung gemacht. Brauchen wir uns hier damit nicht beschäftigen. Jetzt brauche ich noch Gelenke. Diese Stäbe, alle diese Winkeln, können wir uns anschauen. Darstellung am Bildschirm. Rechte Maustaste irgendwo am Bildschirm. Anzeigeeinstellungen für alle Entitäten. Das geht, ja okay, das ist, wenn Sie nichts selektiert haben. Standardmäßig wird das bei Ihnen so aussehen, mit diesen Symbolen. Wenn Sie da Beschreibung brauchen, können Sie die hier aktivieren. Und ich kann die Farbe der Querschnitte nach Querschnitt. Umschalten. Gut, gelbe Farbe gefällt mir nicht so. Gehen wir in die Bibliotheken, in die Querschnitte. Und ich kann diesen hier ändern. Sorry, ich nehme irgendeine andere Farbe. Irgendwas, was zum Beispiel so orange oder sowas. Ja, das geht schon. Gut, sieht schon besser aus. Und bei diesen Stäben, bei diesen Winkeln will ich Gelenke definieren. Es ist, nehmen wir an eine große Konstruktion. Aha, ich habe vergessen. Diese. Diese Stäbe, die werde ich jetzt einmal manuell selektieren. Diese schalte ich um, habe ich vergessen. Wo war das? Hier, Femtyp. Auf zentrische Normalkraft. Okay. Und jetzt selektiere ich diese Winkeln. Aber ich will die Winkeln nicht manuell anklicken. Nehmen wir an, ich habe eine große Halle. Ich will alle Stäbe mit dem gleichen Querschnitt selektieren. Sie klicken mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft, die Sie suchen. Und sagen Auswahl erweitern. Und jetzt werden alle Stäben, ist blöd jetzt mit der violetten Farbe, weil die Selektion auch violett ist. Aber sind jetzt hier, sehen Sie hier, vier Teile selektiert. Und ich kann gleichzeitig die Eigenschaften ändern. Oder ich kann auf diese Stäbe etwas hinzufügen. Und da gibt es hier dann diese Gelenke. Gelenke an beiden Enden haben wir definiert. Und das sind jetzt Gelenke. Können wir uns anschauen hier. Um die Y und um die Z-Achse ist das jetzt einmal starr. Und jetzt brauchen wir noch Auflager. Finden Sie auch hier. Ich nehme diese Gelenkauflager. Ich kann mir das von vorne anschauen. Und hier ein bisschen zoomen. Und so mit einem Fenster selektieren. Escape, Escape, deselektieren. Jetzt haben wir die ganze Konstruktion eingegeben. Und wir können uns das Projekt speichern mit STRG S. So, und jetzt muss ich mir das suchen. Da habe ich ein Ordner. Portalkram. Können Sie beliebigen Namen definieren. Das, was Windows verträgt. Bei diesem Modell müssen wir noch ein paar kleine Änderungen machen. So, diese Stäbe, die sind nicht richtig verdreht. Die muss ich jetzt einmal verdrehen. Aktivieren wir die Stäbe. Jetzt kann ich die einfach nur anklicken. Und ich will die jetzt verdrehen. Hier habe ich zwei Möglichkeiten. Alpha. Bei Alpha bleibt das lokale Koordinatensystem des Stabes stehen. Und es verdreht sich nur der Querschnitt. Aber, dann haben Sie ein Problem. Warum? Sie haben dann Y-Achse, die normalerweise starke Achse ist. Dann bleibt das die schwache Achse. Und Sie haben dann Probleme bei der Interpretation der Knicklingen. Wenn Sie es vergessen, wie Sie das gemacht haben. So benutzen Sie das in speziellen Fällen. Wenn möglich, verdrehen Sie das Koordinatensystem. Dann gehen Gelenke mit, Lasten, die in lokaler Richtung definiert sind. Und Querschnitt auch mit. So, an dem Koordinatensystem hängt alles an, an dem Stab. Das heißt, am Koordinatensystem hängt der Querschnitt, die Gelenke und Lasten. So, jetzt kann ich das um 90 Grad hier einfach verdrehen. Jetzt würde ich gerne das lokale Koordinatensystem sehen. So, ich schalte jetzt diese räumliche Darstellung aus. Und gehe mit der rechten Maustaste hier auf Anzeigeinstellungen für alle Entitäten. Wenn Sie gerne Shortcuts benutzen. Ich mache das so, ich bin das gewohnt. Können Sie immer, Sie sehen hier, da steht Steuerung P. Sie können hier nach rechts fahren. Dann sehen Sie so einen kleinen grünen Balken. Sie können dann draufklicken. Und zum Beispiel bei mir ist das Steuerung I. Und Enter. Und dann können Sie mit der Maus wegfahren. Dann bleibt das hier. So, wenn ich jetzt Steuerung I drücke, dann bin ich da drinnen. Ich habe das auch auf der Maus programmiert. Sie können sich dann diese Shortcuts, wenn Sie dann diese Mäuse haben mit vielen Tasten, können Sie sich das dort programmieren. Und hier haben wir auf der Seite Struktur. Zum Beispiel Querschnitt zeichnen ist nicht schlecht. Lokalachsen von Eindeteilen. Und bei den Kennungen, weil man sich am Anfang nicht auskennt, aktiviere ich die auch. Anwenden. Dann können Sie anschauen, wie das da aussieht. Ja, wir haben hier den Querschnitt. Wir haben hier die Achsen. Wir haben auch die Bezeichnung XYZ. Farben sind immer gleich. Sie sehen hier bei globalen Koordinatoren. X ist rot, Y ist grün und Z ist blau. So, und hier können Sie dann das ganze Aussehen der Konstruktion am Bildschirm stellen. Zum Beispiel Kennungen, wie wir hier die Stabnamen haben. Dann aktiviere ich das. Aber das können Sie auch hier zum Beispiel Stabkennungen. Hier Knotenkennungen. Sie können manche Sachen auch hier ändern. Und hier in diesem Symbol, das ist dieses Menü, was ich jetzt aufgerufen habe. So, dann OK. Und dann sehen Sie Namen von den Stäben. Ist aber jetzt schon ein bisschen durcheinander. So, und da sehen Sie, Y geht jetzt. So, wenn Sie das in die andere Richtung haben möchten, klicken Sie hier einfach. Schreiben Sie minus 90. Dann geht die Z-Achse dann nach außen. So, jetzt gehe ich noch einmal rein. Ich habe das auf der Maus und auf der Struktur. Schalten wir die Koordinatensysteme aus. Querschnitt brauche ich hier jetzt auch nicht. Dann ist das einfache. Schalten wir uns das an. So, mir gefällt aber nicht das, wie sich das hier kreuzt. Und ich würde gerne haben, dass diese Kranbahn unter diesem Träger verläuft. Wenn Sie diese Änderungen haben möchten, dann benutzen Sie ein sogenanntes Strukturmodell. So, in C-Engineer haben Sie überlagert mehrere Modelle. Sie haben das FE-Netz. Dann haben Sie das analytische Modell. Das ist das, was berechnet wird. Und drüber haben Sie dann noch das Strukturmodell. Strukturmodell dient nur zum Zeichnen. Und wenn Sie das zum Beispiel in eine IFC-Datei exportieren, dann wird auch dieses Strukturmodell exportiert. So, jetzt will ich, dass dieser Stab dann nach unten geht. Und wenn Sie die Eigenschaften, die vollständigen haben, dann sehen Sie dann hier unten Strukturmodell. Wenn Sie das haben, wenn Sie das nicht haben, dann müssen Sie in die Projekteinstellungen gehen, auf Funktionalität. Und man muss sich dieses Strukturmodell hier aktivieren. So, ich schalte jetzt nicht Stabilität. Ja, lassen wir alles so, wie das ist. Ich wollte nur zeigen. So, und jetzt bei diesem Stab ändere ich das Strukturmodell und schauen wir, wo wir das hier haben. Stab laut rechter Ausrichtung nach oben und ich gebe da noch eine Exzentrizität von minus 90 Millimeter ein. So, und ich sehe nichts. Warum? Weil ich nicht das Strukturmodell sehe, sondern das analytische Modell. So, was können Sie machen? Strukturmodell generieren. Das ist eine Sache. So, das da machen wir danach. So sehen Sie, das ist jetzt da schön unten platziert. Ich hoffe, es ist richtig mit der Höhe, mit den 190 Millimeter, da bin ich mir nicht sicher. Aber man sieht, das da sieht noch nicht so gut aus. Dazu brauchen wir sogenannte Prioritäten. So, ich selektiere jetzt diese Stützen hier und ändere den Typ auf Stütze. Das hat eine Nummer 100. Das ist wichtiger. Wenn Sie das aber nicht ständig, diesen Befehl, wiederholen möchten, dann gehen Sie hier und hier ist Geometrie, Grafikeinstellungen und hier steht sofortige Aktualisierung des Strukturmodells. So, dann werden Sie das sehen. Und Sie sehen hier, ja, hier tut sich das schön schon verschneiden. Machen wir das richtig, damit das alles passt. Diesen zwei Stäben, sage ich jetzt, die haben Priorität 80. Das ist ein Träger. Diese wird auch 80 haben. Und auf einmal ist das hier dann, aha, ist nicht schön verschnitten. Diese hat jetzt 80 und diese zwei sollen, aha, diese zwei müssen eine Null haben. So, diese ändern wir auf Dachverband zum Beispiel. Das ist egal. Ja, haben Priorität Null. Ja, und jetzt ist das alles schön hier verschnitten. So, diese werden automatisch geschnitten, weil diese Träger durchläuft. So haben wir jetzt eine schöne Zeichnung. Wenn Sie wieder das Analyse-Modell sehen möchten, dann Störung I habe ich gemacht. Oder, ja, machen wir das richtig. Hier dieses Symbol zum Beispiel. Na, muss man noch einmal reingehen. Einzeigeinstellungen für alle Entitäten. Und hier können Sie sagen, ich möchte das Analyse-Modell sehen. Jetzt sehen Sie das Analyse-Modell. Sie können auch beide überlappen, aber ja, das wäre dann unübersichtlich dann schon. So, zum Modell, zum Verdrehen. Und jetzt denke ich, haben wir die ganze Konstruktion eingegeben und können in die Lasten übergehen. Eingabe der Lasten. Hier erkläre ich nur die Basis, nur die grundlegenden Sachen. Bibliotheken, Lastfälle, Lastfälle. So, hier definieren Sie die Lastfälle. Lastfälle sind gruppiert oder haben Lastfallgruppen. In der Lastfallgruppe definiert man zuerst die Aktion, das heißt, ob das Nutzlasten sind, Wind, Schnee oder welcher Lasttyp das ist. Oder Erdbebenlasten. Und der Verhältnis zwischen den Lastfällen, die in dieser Gruppe drinnen sind. Zum Beispiel haben wir Wind von links, Wind von rechts. Und die mögen sich nicht. Da kann nur eine entstehen. Also da definieren Sie die Gruppe auf exklusiv. Bei Nutzlasten definieren Sie Standard. Oder manchmal definiert man, dass alles zusammen ist mit Additiv. Wir haben hier ständige Last. Eigengewicht schreibe ich nur den Namen um. Zum Beispiel G1. Neu. Dann werde ich hier vier Kranlasten haben. Eine Position hier, eine hier, eine hier und eine hier in der Mitte, damit das nicht zu viel wird. So schreiben wir K1. Da. K1. Kranlast. Das ist aber keine ständige Last. Die müssen wir jetzt ändern auf Variable. Und die sind in Gruppe 2. Tun wir die Gruppe 2 gleich umbenennen. Lastfallgruppe K für Kranlasten. Und die ist aber nicht Standard, weil ich möchte nicht, dass alle gleichzeitig wirken. Weil bei Standard würden alle möglichen Kombinationen entstehen. Kran 1 mit 2, 1 mit 3, 1, 2, 3 und so weiter. Sagen wir exklusiv, da kommt 1 oder 2 oder 3 oder 4. Kategorie, damit wir die richtigen Beiwerte haben in den Kombinationen, wenn sie die nicht selbst machen. Ich nehme jetzt Fahrzeuge unter 30 Kilonewton. Okay. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht. Die werden wir ignorieren. Und dann brauchen wir K2, K3 und K4. Schließen wir das. Und jetzt kann ich Lasten eingeben. Wie weiß ich, in welchem Lastfall ich drinnen bin? So, zuerst können Sie das hier ändern. Oder Sie können das hier ändern. Und da bin ich im Kranlast K1. Und jetzt, da sehe ich keine Lasten, weil ich hier Struktur eingeschaltet habe. Hier gehe ich auf Lasten. Und ich kann hier Einzellast im Knoten definieren. Ist das einfachste. Minus 20 Kilonewton im globalen Koordinatensystem. Das hat Auswirkung zum Beispiel bei Erdbeben. Müssen Sie aufpassen. Jetzt definiere ich diesen Knoten. Escape. Und noch einmal Escape. Sie können auch rechte Maustaste einstellen, dass das Befehlsende ist. Gut. Das zweite kommt hier. Ich habe von links nach rechts gezeichnet. Das ist hier ein Ende. So, im Lastfall K2 kann ich keine Knotenkraft benutzen, weil das ist eine Kraft am Start. Dann nehmen wir diese, auch minus 20. Die ist jetzt aber absolut, die Auskrankung ist ein Meter, zwei Meter, das heißt ein Meter vom Ende. Wir können den Stab anklicken, wieder mit Escape beenden. Und dann weiter. Kran 3. Kann ich jetzt Knotenkraft nehmen. Diese. Und in diesen Knoten. Escape. Und dann nehmen wir noch eine. Aha, Vorsicht. Wenn Sie einen Fehler machen und Sie platzieren die Lasten in der gleichen Lastfall. So, jetzt definiere ich die relativ in die Mitte. 0,5, sagen wir von Anfang, damit das richtig ist. Hier Escape. Okay. So, jetzt habe ich die zwei drinnen, aber diese soll in einem anderen Lastfall sein. Brauchen Sie nur die Last anklicken und dann in den Eigenschaften ändern Sie, dass das jetzt im Lastfall K4 drinnen ist. Und wenn wir uns hier K4 anschauen, dann werden wir diese Last hier in der Mitte sehen. So, so können Sie dann einfach zwischen diesen Lastfällen umschalten. Wenn Sie die dann nicht brauchen, können Sie die Darstellung der Lasten hier ausschalten. Lastfallkombinationen. So, wir haben dann diese Lastfallgruppen. Da habe ich diese Lastfallgruppe 1 in ständige Lasten. Das können Sie einfach immer so drinnen lassen. Und dann habe ich diese K gemacht. Das brauchen wir nicht. Das haben wir schon während der Lasten gemacht. Und schauen wir uns die Lastfallkombinationen. Die werden nämlich automatisch gemacht. Das ist voreingestellt im Projekt. Können Sie übrigens deaktivieren. Also Sie können den Namen ändern. Aber das Programm ist so ziemlich intelligent. So, wenn Sie das Beton haben, werden auch quasi ständige Kombinationen gemacht. Wenn Sie eine Erdbebenbelastung definieren, werden auch die Erdbebenkombinationen definiert. Aber Sie können hier neue Kombinationen definieren. Und dann haben Sie diese Eurocode-Kombinationen, lineare oder umhüllenden. Gehe ich nicht näher ein. Ich mache da lieber ein spezielles Video. Würde einfach zu lange dauern. Alles. Kombinationen sind fertig. Wir brauchen uns damit nicht beschäftigen. Also wir haben Lasten und Kombinationen. Jetzt können wir die Struktur berechnen lassen. Vorher ein paar Erklärungen. Berechnung FNZ. In diesem Menü haben Sie Netzeinstellungen. Ist jetzt nicht wichtig. Nur damit Sie wissen, wo das ist, ist bei anderen Projekten wichtig. Teile, Knoten, Koppeln. Wenn das aktiviert ist, werden automatisch diese Knoten hier gekoppelt. Wo sich Stäbe automatisch mit Endpunkt verbinden, da ist nichts Notwendiges. Und diese Teile, Knoten, Koppeln funktioniert auch, damit die Wände in die Platten richtig verbunden sind. Dann wird in der Platte auch eine Linie gemacht, damit die Finite Elemente bei der Platte sich dort trennen. Wenn Sie dann Rohren zum Beispiel verschneiden. Das hat viele Funktionen hier. Wir benutzen nur die wichtigste. Sie können, wenn Sie wollen, manuell das Netz generieren. Ist aber nicht notwendig. Bei der Berechnung wird das Netz automatisch generiert. Dann haben wir Rechenkern-Einstellungen und erweiterte Rechenkern. Sie können zum Beispiel auswählen, dass Sie nur gewisse Lastfälle rechnen oder gewisse nicht-linare Kombinationen. Welchen Solver Sie für die dynamische Stabilität oder nicht-linare Berechnung nehmen. Dann wie viele Iterationen und solche Sachen. Brauchen wir alles jetzt nicht. Wir haben nur lineare Berechnung. Wir können hier einfach nur die Berechnung starten und die Schnittgrößen ermitteln lassen. Sehr schnell ist eine kleine Konstruktion. Dann bekommen Sie eine Information, bei welchem Lastfall oder wo ist die größte Verformung. Dies limitiert, wenn die eine gewisse Grenze, die Sie in Voreinstellungen haben, überschritten wird. Dann schreit das Programm. Es ist nicht schlecht, dass Sie vor der Berechnung, gerade bei größeren Projekten oder in der Praxis, machen Sie immer Strukturdatenkontrolle. Sie können beim Zeichnen dann zum Beispiel die Knoten sehr eng nebeneinander zeichnen. Ich mache das optisch. Ich lasse mir einfach die Knotennummern darstellen. Und wenn ich sehe, dass da etwas übereinander geschrieben wird, dann weiß ich schon, da stimmt etwas nicht. Was die Darstellung betrifft, das wird wichtig für Sie sein, Farbenlinien. So grundsätzlich ist egal, welche von diesen vier Zeilen Sie anklicken, Sie kommen immer in die gleiche Maske, nur auf eine andere Seite hier. Und da können Sie dann Farben. Normalerweise haben Sie, wenn ich hier auf Default gehe, dann nehmen wir hier die Default. Zum Beispiel die Systemaxe ist ein bisschen dicker, ich mache die dann immer dünner. Und bei Schriften können Sie dann einstellen, zum Beispiel bei den Stäben, dass Sie ein Etikett zum Beispiel benutzen möchten. Statt den Stabnamen, dann sind die Stäbe anders. Wir haben so graue Oberfläche. Ich mag die, ehrlich gesagt, nicht. Ich habe lieber diese weiße Farbe. Ich habe da meine Voreinstellungen. Ich gehe hier auf die Benutzer einstellen. Sie können sich die Benutzer einstellen hier speichern, dann haben Sie das für alle neue Projekte. Und ich habe Schriften für Standardanzeige. Sie können die auf TrueType einstellen, dann ist das schöner. Und dann können Sie hier zum Beispiel Etikett. Und die Etikett, das ist dann ausgerichtet mit der Stabrichtung. Wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, so dann haben wir die Knotennummern. Und wir haben dann die Stabnummern. Das sind dann mit so schönen Rechtecken. Also wenn man sieht, dass da etwas übereinander steht, weiß man, ja, irgendwas stimmt dort nicht. Das wird sicher am Anfang irgendwann passieren. Aber dafür gibt es diese Strukturdatenkontrolle. Wenn Sie hier etwas brauchen, irgendein Befehl, zum Beispiel, sagen wir, Ansicht von oben oder Ansicht von vorne. Schauen wir uns. Ansicht. Ansicht in X-Richtung oder in Y-Richtung. Nehmen Sie dieses Befehl und ziehen Sie das einfach hierher. So, ich ziehe das da hierher, ja. Und dann haben Sie dieses Befehl hier. Habe ich an sich in Y-Richtung, ja. Deshalb können Sie sehr schnell hier diese Oberfläche anpassen. Wenn Sie andere Leisten hier brauchen, klicken Sie auf dieses Hamburger-Menü. Haben Sie hier dieses Mein-Arbeitsbereich, dieses Herzchen. Das ist komplett leer. Dort können Sie etwas selber machen. Wenn Sie hier etwas nicht brauchen, zum Beispiel das, da brauche ich jetzt nicht, nehmen Sie das, ziehen Sie das auf dieses Papierkorb. Papierkorb, dann wird das von da rausgelöscht. So, Sie können so anfangen, alles rauslöschen und dann sich diese Leisten komplett selbst machen. Wenn Sie sehen, dass da so eine abgeschnittene Ecke auf dem Symbol ist, dann wissen Sie, dass dahinter weitere Symbole versteckt sind. Sie können das anklicken und da haben Sie die Bibliotheken. So, Sie können das wirklich komplett steuern. Zum Beispiel, hier ist die Hauptrichtung horizontal. Mit normalem Klick stelle ich um auf Ergebnisse oder auf mein Herz. Und das, was vertikal ist, das drucken Sie mit Alt-Taste. Zum Beispiel, vertikal habe ich jetzt Berechnungsprotokoll oder ich gehe wieder auf Struktur, habe ich wieder Strukturmenü. Das, was in diese horizontale Richtung verläuft, mit normalem Klick, zum Beispiel Ergebnisse, wenn wir dann brauchen, wo sind die? Da. Und mit Alt dann die orthogonale Richtung, können Sie dann umschalten. Das können Sie auch hier machen. Diese können Sie momentan nicht anpassen. Die sind fix. Aber Sie können auch hier von dem Menü irgendwas nehmen, Netzeinstellungen, Netz generieren, einfach hierher ziehen. Das ist jedes Befehl oder auch hier von der Eingabemaske, können Sie einfach hier, ah, hier ein Befehl nehmen, zeichnen und wieder rauslöschen. Okay, Basis war ein bisschen zu der Bedienung. Ja, das war's. Dann schauten wir diese Sachen hier aus. Brauchen wir alles nicht. Diesen Punktraster brauche ich hier auch nicht. Schauen wir uns die Ergebnisse an und machen wir auch ein bisschen gleich schon die Dokumentation. Man macht manchmal die Dokumentation zum Schluss. Meiner Meinung nach am Anfang ist es nicht schlecht, wenn Sie schon während der Eingabe die Dokumentation erstellen. So, wir können uns hier umschalten auf Berechnung und Ergebnisse, aber hier brauchen wir wirklich nichts davon. Ich möchte mir jetzt die schöne Darstellung machen. Dann mit dieser schönen Darstellung Strukturmodell generieren. Dann haben wir Strukturmodell. Das können Sie entweder direkt drucken. So, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste irgendwo am Bildschirm. Da können Sie ein Bild direkt am Drucker oder PDF oder irgendwo ausdrucken. Da kann man Seiten füllen, können Sie Maßstab definieren und so weiter. Es gibt verschiedene Vorlagen mit verschiedenen Größen. Sie können ein Bild direkt in PDF ausdrucken. So, rechte Maustaste. Es gibt Zwischenablage oder in Dateispeichern. Das muss nicht gerade ein BMP sein, aber Sie sagen, ja, sehen Sie, 2D, 3D PDF. Dann können Sie die Struktur in PDF drucken. DxF, DWG, so alles, was Sie im Bildschirm haben, wird dann einfach 1 zu 1 ausgedruckt. Aber wir benutzen das Berechnungsprotokoll. Jetzt springe ich in etwas, was ich eigentlich am Ende zeigen wollte, aber okay. Gehen wir hier auf Berechnungsprotokoll. Starten wir ein Berechnungsprotokoll. Es gibt ein spezielles Video für Berechnungsprotokoll. Es ist leer und hier erkläre ich wirklich nur die Basis, weil ich habe da, wie gesagt, ein spezielles Video. Holen wir uns jetzt, so wenn Sie dieses Menü hier nicht haben, das Einfügen, müssen Sie einfach nur draufklicken. Sonderposten. Kopfzeile, Fußzeile, die brauchen wir. Dann brauchen wir drei Kapiteln. 1, 2, 3, mit Doppelklick. Kapitel anklicken. Eingabedaten. Zweites Kapitel ist Ergebnisse. Und ich werde immer nur ein, zwei Bilder erstellen, nicht die komplette Dokumentation machen. Stahlnachweise. Es gibt da auch Generatoren. Okay, das können Sie einfach im Hintergrund laufen lassen. Ja, gehen wir hier. Und dieses Bild geht ins Berechnungsprotokoll. Rechte Maustaste. Aktives Bild ins Berechnungsprotokoll. Hier können Sie einstellen. Ein Bild auf Seite. Es soll Standard. Das kommt dann mit Rendering. Es kommt eine normale Grafik, als Pixelgrafik, Strukturmodell. Ja, passt alles. Können wir so lassen. Einfügen ins Berechnungsprotokoll. Und jetzt sind wir im Berechnungsprotokoll. Brauchen immer nur ein bisschen warten. Dann haben wir das Bild hier. Kann ich einfach so lassen. Ich will das in Kapitel Eingabedaten haben. Dann schiebe ich das. Aber nicht so auf dieses Kapitel. Ich fahre mit der Maus ein bisschen nach rechts. Dann wird das in dieses, ausserhalb von dem Text, dann wird das in dieses Kapitel eingerückt. Sie sehen 1, 1.1. Aha, Inhaltsbezeichnis brauchen wir. Das brauchen wir hier oben. Und dann ein Seitenumbruch dahinter. So, haben wir jetzt Inhalt. Und dann ein Bild. Jetzt drück du mal. Wenn Sie diese Überschrift nicht brauchen, können Sie die Überschrift einfach ausschalten. Haben Sie dann nur das Bild. Das ist selbst erklärend sowieso. Zurück zum C-Ingenieur. Können Sie mit Alt und Tabulator immer umschalten. Ergebnisse. Gehen Sie hier auf, nicht Stahl, auf Ergebnisse. 3D-Verformungen. 3D-Verformungen sind hier eingestellt. Von was? Von Lastfallkombination. Charakteristische Kombination. Aktualisieren. Kriegen dann so eine Umhüllende von allen Verformungen. Jetzt brauche ich aber das Strukturmodell nicht. Jetzt will ich wieder zurück an das Analyse-Modell haben. So, rechte Maustaste. Hier Anzeigeinstellungen und statt Strukturmodell sagen wir Analyse-Modell. Und ich brauche auch diese 3D-Darstellung jetzt nicht. Ich will nur die Verformung haben. Und wieder rechte Maustaste. und aktives Bild ins Berechnungsprotokoll. Will ich wieder mit Schattierung haben, aber 2 pro Seite. Das passt. Automatische Maßstab. Einfügen. Lassen wir das einfach dort. Das können wir uns dann im Berechnungsprotokoll ändern. Verformungen sind nicht nur so in 3D. Haben wir auch hier Schnittgrößen, Spannungen, Verformungen. Zum Beispiel will ich von diesem Stab die vertikale Verformung haben. Das heißt, von der Lastfallkombination nicht alle Stäbe, sondern aktuell selektierte Stab. Es gibt hier auch Filter. Könnte ich auf Querschnitt umschalten. Aber das ist Standard hier. Aktuell oder alle. Das wird meistens benutzt. Wir sind bei Verformungen. Das heißt, charakteristische Kombination. Ich will die vertikale Verformung haben. Vertikale. Lokale Z-Richtung. Das ist nicht vertikal jetzt. Und dann aktualisieren. Und dann habe ich hier die Verformung. Und wieder rechte Maustaste. Wo ist das Bild im Berechnungsprotokoll? Weil ich Teile selektiert habe, muss ich jetzt hier in dieses Ansicht. Es ist nicht schlecht, wenn Sie sich dann wieder ein Shortcut definieren. Zum Beispiel P drucken. Und wenn Sie dann sowas haben, einfach P. Und dann gehen Sie mit dem Bild ins Berechnungsprotokoll. Jetzt brauche ich bei Rendering nicht mehr Standard. Standard brauchen Sie nur bei schattierten Bildern. Aber auch zum Beispiel bei ISO-Flächen oder ISO-Linien, wenn Sie Bewährung 2D drucken, können Sie schon mit Drahtmodell arbeiten. Drahtmodell erzeugt Ihnen, wenn Sie das dann in PDF exportieren, nicht PDF drucken, PDF exportieren. Dann erzeugt das glatte Linien, weil dann in der PDF-Datei dann Vektorgrafik ist. Ansonsten mit Standard und allen anderen kommt eine Pixelgrafik. Ist dann manchmal ein bisschen verpixelt. So, wenn möglich, benutzen Sie Drahtmodell, automatische Maßstab, Verformungen. Können wir so lassen. Ich will mir diese Einstellung aber auch für weitere Schnittgrößen speichern. Das können Sie dann hier einfach anklicken auf 2, dann ist das, Entschuldigung, plötzlich, ja, okay, Drahtmodell passt hier. Ich gehe jetzt hier speichern auf 2, Position 2. Und wenn Sie dann später draufklicken auf die 2, dann werden diese Einstellungen geholt. Okay, haben wir. Jetzt will ich zum Beispiel Stabschnittgrößen von diesen 3 Stäben haben. Verlauf der Biegemomente einfach wieder hier anklicken. Biegemomente muss man einfach hier suchen. Ansonsten haben Sie die Ergebnisse auch hier. Ja, können Sie Ergebnisse eindeteilen. So, immer hier in den Menüs ist alles. Hier ist dann ein Teil davon und alles ist dann auch in den Befehlen. So, Auswahl wieder. Aktuell, Lastfallkombinationen. Ich will MY sehen. Und Extremwerte will ich auf jedem lokalen Extremwert haben. Das ist dann auch wichtig. Lokal können Sie dann umschalten. So ein paar Sachen muss man dann immer umschalten. Aktualisieren. Sieht ganz schön aus. Das können wir von dieser Seite anschauen. Das ist ein ganz gutes Ergebnis. Kilonewtonmeter brauche ich nicht. Ich weiß, dass die Einheiten in Kilonewtonmeter sind. Kann ich aktualisieren. Wenn Sie wollen, bei solchen kleinen Konstruktionen können Sie hier da ist das automatische Aktualisierung. Also wenn Sie dann etwas ändern, zum Beispiel Einheiten darstellen, Einheiten ausschalten, wird das sofort am Bildschirm umgeschaltet. Oder Sie gehen hier auf Querkraft, sehen Sie dann sofort alle Ergebnisse. Weil ein bisschen zu groß. Wenn es zu groß ist, müssen Sie hier auf die Skalierung entweder hier mit der Maus oder hier reingeben oder mit den Maßstabeinstellungen spielen. Man kann das auch wirklich im Maßstab dann ausdrücken. Und wieder P habe ich eingestellt. Von zwei hole ich mir die Einstellungen und einfügen. So jetzt habe ich das auch im Berechnungsprotokoll. So bringen Sie dann alle Eingabedaten Ergebnisse ins Berechnungsprotokoll. Müssen wir nicht alles da ausdrucken. Gehen wir jetzt auf die Stahlnachweise. Für die Stahlnachweise werden wir zwar nicht brauchen, aber schalten wir uns hier um ins Stahl, weil da kann man manchmal Stahlzusatzdaten eingeben und ich schalte mich hier auf Stahl um. Ansonsten Stahlnachweise auch hier in den Nachweisen Stahlbauteile können Sie auch Verbindungen und andere Sachen. Stahlverbindungen und Stahlnachweise direkt eingeben. Ergebnisse brauche ich jetzt nicht. Wie komme ich jetzt weg von den Ergebnissen? Nehmen Sie das da hier und ziehen Sie das ein bisschen nach rechts. Dann geht das in den Papierkorb und Sie haben wieder die normale Konstruktion am Bildschirm. Bevor wir in die Stahlnachweise gehen, müssen wir uns die Knicklingen anschauen. Die Knicklingen, für die Knicklingen können Sie die A manuell eingeben. Es gibt eine Standardberechnung, die im Hintergrund sowieso abläuft und Sie können die aus Stabilitätsberechnung übernehmen. Ich habe da ein älteres Video, muss ein neues machen wieder. Wir machen das mit der Standardberechnung. Die Standardberechnung ermittelt im Hintergrund die Steifigkeit der Endknoten. Was ist aber Endknoten? Bei diesem Stab haben wir hier die Y-Achse und hier die Z-Achse. So sieht der Stab aus. Entschuldigung, Blödsinn. So sieht der Stab aus. Das ist dann das ist die Z-Achse und hier haben wir die Y-Achse und hier haben wir die X-Achse. Für das Knicken um die Z-Achse, das ist immer bei St-Ingenieur um die Achse und dann steht ZZ. Das bedeutet das ist um Achse. Kann das so ausknicken. So. In diese Richtung. Um die schwache Achse kann wieder der ganze Rahmen so ausknicken. Zum Beispiel nach hinten. So. Nach hinten. Aber für das Knicken um die schwache Achse um die Z-Achse haben wir diesen Stab hier mit dem und mit dem geteilt. Das ist für das Knicken um die Z-Achse haben wir hier ein Feld und hier ein Feld. Hier ist das in der Mitte unterbrochen. Und für das Knicken um die Y-Achse das ist für das Knicken Y-Y haben wir nur einen Stab der nur unten gehalten ist und hier oben. Das ermittet das Programm aber manchmal muss man da eingreifen es gibt da Grenzwinkeln und manchmal müssen sie da eingeben. Wo findet man alle diese Sachen sie brauchen den Stab nur anklicken und hier haben sie die Systemlängen und Knick Einstellungen dann kommt eine schöne Maske machen wir uns nur ein bisschen breiter und hier können sie einstellen bei Werte jetzt sind wir bei Knicken um die starke Achse wird ermittelt und Verschieblichkeit kommt aus den globalen Voreinstellungen die haben sie hier in den Stahleinstellungen oder auch im Hauptmenü finden sie standardmäßig ist eingestellt dass um die starke Achse auf verschieblich gestellt wird und um die schwache Achse auf unverschieblich und dann gibt es zwei Formeln die Struktur wird im Hintergrund mit horizontaler Belastung belastet dabei ermittelt das Programm die Verdrehungen von jedem Knoten die Biegemomente in den Knoten und aus der Verdrehung und des Biegemoments ermittelt das Programm die Steifigkeit des Knotens wir haben die Biegesteifigkeit des Stabes und aus dem da gibt es zwei Formeln eine für unverschiebliche Konstruktion die rechnet Klinklängenfaktor von 0 bis 1 Verschiebliche Formel für verschiebliche Konstruktion rechnet Faktor immer 1 oder grösser bei Stäben die zwei Gelenke an den Enden haben braucht man das nicht das ist Knicklänge 1 und für diese Fachwerkstäbe hier braucht man es auch nicht damit immer die Knicklänge 1 gerechnet das einzige was wir hier machen ist dass sich die Verschieblichkeit für das Knicken um die schwache Achse so in diese Richtung ist voreingestellt auf nicht verschieblich ich sehe hier dieses Kreuzchen hier verschieblich haben wir zwei Pfeile das stellen wir um Konstruktion das lasse ich jetzt einmal so und die Knicklänge werde ich ermitteln sie können hier auch eingeben wenn sie wollen speichern mehr brauchen wir nicht diese Einstellung heißt jetzt BG1 und ist für Stahlstäbe mit zwei Feldern das ist ein Feld anderes sie können die darstellen die Systemlängen weil wir ermitteln jetzt den Knicklängen Faktor mal Systemlänge bekommen wir die Knicklänge Systemlängen können sie darstellen rechte Maustaste Anzeige Einstellungen für Ausgewählte habe ich bei mir normalerweise Ctrl-Shift-E wenn sie sich diese Einstellungen hier mit den Shortcuts Oberfläche speichern möchten hier Benutzer Konfiguration speichern laden steht fast ok dann können sie das wird in eine Datei gespeichert die können sie dann auch Kollegen schicken oder als Firmen Standard irgendwo setzen wenn sie wollen und mit Standard wiederherstellen bekommen sie die Standard Oberfläche miterstarte ich immer so Ctrl-Shift-E habe ich mir eingestellt ja so für sie rechte Maustaste es ist selektiert Einzeigeinstellungen für ausgewählte Teile kommt nur dann wenn etwas selektiert ist und ich kann mir hier die Systemlängen darstellen ich könnte dann die Kennungen auch dazu aber lassen wir das und sie sehen und sie sehen um die starke Achse haben wir nur Halterung hier und Halterung hier haben wir die ganze Länge um diese Achse um die schwache Achse haben wir zwei Stäbe ja und hier können sie dann wieder ausschalten mit Störung i jetzt ist das Symbol grau das bedeutet es ist bei manchen Stäben eingeschaltet bei manchen ausgeschaltet ich schalte das hier jetzt einmal aus so stellen sie die Knicklängen ein oder so beeinflussen sie ein bisschen die Knicklängen die werden aber eh automatisch gerechnet gehen wir hier auf diese Schlankheit schauen wir uns ah ja ich habe die Ergebnisse automatisch aktiviert sagen wir aktuell leere Auswahl klar dieser Stab aktuell ist eingestellt und was wollen wir uns anschauen Knicklängen Faktor um die starke Achse 2,13 wird multipliziert mit der Systemlänge mit 2,7 und dann bekommen wir die Knicklänge 6,3 und das gleiche dann um die schwache Achse Systemlänge sehen sie die ist hier klein 1,30 1,70 die vorher um die starke Achse war die ganze Länge weil um die schwache Achse haben wir das mit diesem Stab hier verteilt und dann gibt es Knicklängen Faktor um die schwache Achse 2,9 oder so und dann die Knicklänge um die schwache Achse 3,7 bis 3,9 Wenn es ihnen nicht gefällt können sie die Stabilitätsberechnung machen Wieder ausschalten so sind sie weg aus den Ergebnissen und jetzt können wir Nachweise machen Hier Nachweise in GZT es gibt auch Verformungs Nachweise so aber was wollen wir sehen von der Lastfall Kombination Alle Stäbe Hier Hier kommt eine Warnung die Schlankheit wird die dicken abhängige Festigkeit nicht unterstützt für diesen Querschnitt keine Querschnitt Klassifizierung wird Klasse 3 okay ist in Ordnung für mich und wir nehmen das und die Extremwerte sind jetzt pro Bauteil haben wir dann haben wir für jeden Bauteil die Ausnutzung ja passt hier können wir so lassen alles ist schön grün wir könnten das ausdrucken wenn sie detailliert jetzt weiß ich es geht sich alles aus ich will aber zum Beispiel für diese Stütze den detaillierten Nachweis haben was machen wir gehen auf aktuell dann habe ich diese Stütze und ich kann die kurze Ausgabe ja grundsätzlich wir waren ich habe das immer nur grafisch dargestellt immer auch bei den Ergebnissen können sie auf Vorschau klicken dann bekommen sie ein Vorschaufenster da haben sie dann die Ergebnisse auch wenn das Schnittgrößen sind oder so bekommen sie hier auch ich schalte diese automatische Aktualisierung ich bin gewonnen dass ich das manuell drücke was haben wir jetzt wir haben hier eine kurze Ausgabe das bedeutet eine Zeile pro Ergebnis wir können auf Übersicht gehen übrigens es gibt es auch Ergebnistabelle das können sie vielleicht bei den Ergebnissen ausnutzen weil dann kommt eine Tabelle die können sie dann mit copy paste ins Excel exportieren und es gibt auch einen Button dafür aber wir sind hierbei nochmal aktualisieren so das ist die Standardausgabe so in der Standardausgabe sehen sie die Nachweise und das ist schön an SZIA sie brauchen sich nicht darum kümmern welche Nachweise sie führen sollen oder welche nicht das Programm entscheidet selbst aufgrund von Schnittgrößen Querschnittsklassifizierung alles wird im Hintergrund gemacht sie können es beeinflussen aber wenn sie zufrieden sind mit dem was da geliefert wird lassen sie das einfach so knickeln dann müssen sie immer kontrollieren ja gibt es kein System das vollautomatisch alles rechnet oder detaillierte Ausgabe und in der detaillierten Ausgabe können sie auch umschalten auf Tabellen und Formeln das ist die üppige Ausgabe und dann auch noch die Entscheidungstabelle dann schreibt ihnen das Programm auch noch warum etwas gemacht wurde oder nicht und dann bekommen wir eine schöne vollständige Ausgabe Querschnittsklassifizierung standardmäßig ist Semicom Plus aktiviert das ist für die Querschnittsklasse 2 diese Querschnitt ist Klasse 1 klassifiziert und dann haben sie alle Nachweise einmal in Tabellenform weil ich es gefragt habe und dann schön ausgedruckt immer mit Verweis zu der Artikel oder zu der Forma in Norm und sehen sie dann alle Nachweise inklusive dann Biggedrill knicken oder knicken das N-kritisch oder M-kritisch berechnet alles ist schön da so das waren Nachweise ich werde jetzt umschalten auf alle sagen wir hier die Ausgabe auf kurz extremwert pro Bauteil aktualisieren damit wir ein Bild haben P geht Bild ins Berechnungsprotokoll mit dieser Einstellung ok 2 pro Seite passt ganz gut haben wir dann im Berechnungsprotokoll jetzt gehe ich noch ins Berechnungsprotokoll und zeige ihnen wie sie das ein bisschen noch weitere Tabellen dort hinzufügen können weil wir haben jetzt nur Bilder erzeugt machen uns noch Tabellen machen da ein bisschen Ordnung und exportieren das damit ist das erledigt im Berechnungsprotokoll habe ich jetzt alle diese Bilder sie sehen mit roten Rufzeichen das heißt die sind nicht aktuell muss ich jetzt noch aktualisieren ich kann mir die jetzt sortieren das geht in die Ergebnisse das geht auch in die Ergebnisse Schnittgrößen gehen auch in die Ergebnisse Stahlnachweise gehen in Stahlnachweise kann dazwischen dann noch Seitenumbrüche einfügen ich möchte jetzt noch von den Stahlnachweisen Tabelle haben Stahl Eurocode GZT Nachweis einfach doppelklicken geht hier und jetzt muss ich das so einstellen wie vorher ja ich könnte auch aus C-Engineer eine Tabelle exportieren zeige ich vielleicht jetzt gleich wenn sie eine Tabelle aus C-Engineer exportieren möchten wieder rechte Maustaste Tabelle im Protokoll einfügen dann wird das gleiche was sie hier in Vorschau bekommen dann ins Berechnungsprotokoll gedruckt so ja das heißt hier haben wir dann bekommen wir nur eine Übersicht so haben wir nur eine Übersicht über die Ausnutzungen aber hier rechte Maustaste und Tabelle ins Protokoll einfügen normalerweise ich mache mir das direkt im Berechnungsprotokoll aber sie werden sich dann eigene Vorlagen erstellen oder sie werden die Vorlagen benutzen die da drinnen sind so es gibt hier Berichtsvorlagen können sie dann benutzer Vorlagen erstellen oder System Vorlagen verwenden so jetzt habe ich hier diese Tabelle aber weil ich das hier erzeugt habe muss ich alles umstellen Lastfall Kombination Extremwert Pro Bauteil und Ausgabe kurz kann ich dann hier mit F6 oder einfach draufklicken aktualisieren dann habe ich diese Ausgabe und dann möchte ich zum Beispiel pro Querschnitt einen vollständigen Nachweis haben vor einem Stab der die größte Ausnutzung hat sie können hier einfach mit Copy Paste Störung C Störung V Copy Paste sind wie in Slowake slowakische Politiker berühmt für Copy Paste für die Diplom Arbeiter sorry und dann ja was machen wir hier ich wollte nicht kurz sondern detaillierte Ausgabe zum Beispiel mit Formeln oder ich mache immer Tabellen Formeln wenn man schon was drückt dann soll das ordentlich sein und Extremwerte pro Querschnitt das heißt immer für jeden Querschnitt wird es ausgedrückt man kann das auch anders sortieren es gibt automatische Generatoren aber da schauen sich dann das 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 Video für das Berechnungsprotokoll dann tut man alles neu generieren sie müssen dann hier schauen hier bekommen sie dann die die Tabellen oder Bilder die neu regeneriert werden und wenn alles generiert ist dann kann man sich das hier einfach anschauen alles was da drinnen ist alle Bilder Verformungen und so weiter sie können die Bilder ändern sie können die anklicken da gibt es die Darstellung können sie ändern Blickrichtung Inhalt kann man alles ändern exportieren dann hier auf dieses Symbol ein bisschen versteckt links oben sie können es drücken aber Vorsicht wenn sie diese schöne Bilder brauchen zum skalieren PDF ja eine Sache noch das muss ich zeigen Strukturmodell sie können die als 3D aktivieren die Bilder ich lasse dieses Bild zur Sicherheit einmal aktualisieren und jetzt exportiere ich das dann noch in PDF dann sehen wir bitte diese Kleinigkeit so Export nach PDF exportieren suchen wir uns da sind wir in Portal kran.de Protokoll einfach ausgedruckt beim drucken beim drucken wird nicht aktualisiert das aktualisieren müssen sie vorher machen und dann können sie einfach scrollen und sie können dann das Bild anklicken das muss man im PDF dann immer machen dass man diesen Dokument quasi vertraut und dann kann man sich die Bilder können sie dann zoomen und so weiter das ist dann schon PDF was man hier jetzt weiß ich nicht wie man das dann hier verschiebt aber das ist egal das ist jetzt einmal schon PDF drinnen so und jetzt sind wir fertig ich hoffe es hat ihnen etwas gebracht es war gedacht für Studenten oder für die Leute die zum Beispiel C-Engineer testen möchten oder erstes mal einsteigen in das Programm damit sie da so einen Durchlauf haben von Anfang bis bis zum Ende und ich werde auch noch ein anderes Video auf diese gleiche Art vorbereiten mit so eine Stahlhalle damit sie eine Auswahl haben vielen Dank